Sixtus II. war vom 30. August 257 bis zum 6. August 258 Bischof von Rom. Sein Name bedeutet S-Ixtus ist gleich der Sechste bzw. Xistus ist gleich der Geglättete. Er beendete den Streit mit den afrikanischen und östlichen Gemeinden über die Taufe von Reugenheretikern, den sein Vorgänger Stefan geführt hatte. Wie alle frühen römischen Bischöfe wurde er später in die Abfolge der Päpste eingeordnet. Obwohl dieser Titel zu seiner Zeit noch nicht geführt wurde, als solcher ist er der erste Papst, der den gleichen Namen wie ein früherer führte. Die Nummerierung des Papstnamens als Sixtus II. erfolgte spät. Vermutlich hieß er, griechischer Überlieferung zufolge, Xystus. Er starb als Märtyrer unter Kaiser Valerian. Beim Gottesdienst auf dem Kohimeterium des Galistus wurde er überfallen und zusammen mit vier Diakonen hingerichtet. Obwohl er von allen frühen Märtyrer-Päpsten die höchste Verehrung genoss, ist doch der nach ihm gematerte Archidiakon Laurentius mehr in das Bewusstsein des Christentums eingegangen. Das Leben und Wirken der beiden hat in der Kapella Nikolaus V. Im Vatikan höchsten künstlerischen Ausdruck gefunden, während Raphael Sixtus auf dem Gemälde der sextinischen Madonna unsterblich gemacht hat. Sein Gedenktag in der katholischen Kirche ist der 7. August, in der Orthodoxie ist es der 10. August. Im oberbayerischen Pollenfeld fanden ihm zu Ehren auch Wallfahrten statt, die dortige Pfarrkirche Sankt. Sixtus besitzt noch eine Reliquie des Unterarmknochens. Sixtus gilt als Patron für das gute Gedeihen der Trauben. An seinem Gedenktag am 7. August finden Traubenwein statt. Außerdem ist er Patron für das Gedeihen der Bohnen, für die schwangeren Frauen und bei Hals-, Rücken- und Ländenschmerzen. Seine Attribute sind Geldbeutel oder Geldstück. Oft wird er zusammen mit Laurentius dargestellt. Nach Sixtus benannt ist die ins 7. bis 8. Jahrhundert zu datierende Sixtus-Kasel in Freden.